Musik So, vorsichtig, Philipp. Okay. Oh, hallo, da bist du ja schon. Soll ich vielleicht mal ausmachen? Willkommen zum dritten Türchen meines Adventskalenders. Heute am ersten Advent. Wir zünden die erste Kerze an. Hier ist sie. Guck mal, Teelicht. Und passend dazu habe ich heute eine interessante Frage von... Warte, ich muss mal eben gucken, von wem die war und was genau der Inhalt war. Warte, so. Frage von Hajo Schmidt. Freust du dich auf Weihnachten? Und ich finde, wenn man jetzt hier schon weiße... Ich bin eigentlich nicht so der Typ für Kerzen. Das habe ich, glaube ich, auch im letzten Snoop Mess schon erzählt. Also letztes Jahr habe ich das auch schon mal erzählt. Und trotzdem, wenn man jetzt hier mal so eine Kerze anmacht, und so ein bisschen Kerzen mit Weihnachten in Verbindung bringt. Und das ist bei mir der Fall. Eigentlich gibt es Kerzen bei mir nur am Geburtstag und an Weihnachten. Ansonsten spielen für mich eigentlich keine allzu große Rolle. Dann freue ich mich doch schon irgendwie auf Weihnachten. Und wenn man jetzt mal überlegt, dass es nur noch 21 Tage sind, bis es endlich soweit ist. Bis endlich Weihnachten ist. Dann geht das doch echt schon ziemlich schnell. Und dementsprechend freue ich mich natürlich auch auf Weihnachten. Ist immer so eine coole Zeit. Weißt du, das ist dann nicht so wie jeder andere normale Monat. Sondern das ist dann so ein bisschen... Es ist halt anders. Es hat so ein anderes Gefühl. So ein Gefühl von Weihnachten halt. Irgendwie hier von Kerzen und von duftenden Weihnachtsbäumen und so. Und deshalb freue ich mich echt auf Weihnachten. Nicht nur wegen den Geschenken, sondern einfach auch so wegen der Atmosphäre. Aber diese freien Tage, die man da hat zwischen Weihnachten und Silvester. Ist ja sowieso dieses Jahr doof, dass Weihnachten am Sonntag ist und wir bis Freitag Schule haben. Das trübt die Stimmung dann vielleicht doch noch so ein bisschen. Aber letztendlich freue ich mich natürlich auf Weihnachten. Und ja, somit habe ich glaube ich die Frage beantwortet. Falls du auch noch eine Frage irgendwie an mich hast. Sei es zum Thema Weihnachten, sei es auch irgendeine andere Frage. Mir egal, dann schreib sie unten in die Kommentare. Ich kann auf jeden Fall noch ein paar Fragen gebrauchen, die ich beantworten kann in den nächsten Türchen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns morgen mit dem vierten Türchen meines Adventskalenders. Danke fürs Zuschauen beim heutigen Video. Wie gesagt, stelle deine Frage unten in den Kommentaren. Und ansonsten bis dann. Tschüss. Wunderschön, oder? Es ist hier unscharf, aber egal. Sieht auch cool aus. Es ist hier unscharf, aber egal.